liebe zuschauer wir werfen einen blick auf die letzte runde beim norway chess turnier ein absolutes super turnier was gestern in norwegen in starvanger zu ende gegangen ist mehrere weltklasse spieler waren am start unter anderem auch die nummer eins und ex-weltmeister magnus carson diese hatte jedoch mit dem turniersieg überhaupt nichts am hut stattdessen ging es um diese beiden spieler hier nakamura gegen kawana vor der letzten runde war die situation folgende nakamura auf dem zweiten platz musste gewinnen die letzte partie um kawana der auf dem ersten platz lag nicht nur einzuholen sondern zu überholen und damit das turnier zu gewinnen beim remis oder beim sieg von kawana würde kawanas turnier gewinnen also sehr spannende situation vor der letzten partie und da ich auch meine finger hier im spiel hatte bei der partie dachte ich mir ich zeige sie euch gerne und erzähle euch etwas dazu also nakamura öffnet er muss gewinnen mit weiß er start mit e4 e5 kawana kann es natürlich solide angehen hier springer f3 springer c6 und jetzt läufer c4 das eine erste kleine überraschung zuvor hatte nakamura schon läufer b5 gespielt also läufer c4 und jetzt springer f6 und hier hatten wir etwas vorbereitet ich arbeite mit nakamura seit mehreren jahren zusammen und vor dem turnier mal wieder die frage was tun gegen e5 was tun vor allem gegen die berliner verteidigung gut mit italienisch kann man die berliner verteidigung vermeiden aber da muss man trotzdem irgendeine neue idee haben und ich meinte zu ikau könntest du dir vorstellen die fried liver attack zu spielen also hier den zug springer g5 ein sehr aggressives abspiel und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und stellt sich heraus das letzte mal dass ikau diese feinte gespielt hat war vor 14 jahren als er die us-meisterschaft 2009 gewonnen hat also dementsprechend schon mal ein guter zug denn es war eine fette überraschung hier für kawana und schauen wir mal wie sich das spiel weiterentwickelt d5 e schlägt d5 jetzt zieht der springer hier an den rand wenn schwarz wieder schlagen sollte dann könnte weiß hier den springer opfern übrigens empfehle ich diese variante auch in meinem einsteuerkurs gewinnen mit erstens e4 modern chess und das ist hier bereits sehr sehr gefährlich für schwarz weiß opfert den springer und hat dann eine sehr gute stellung stattdessen ist der hauptzug springer a5 das ist alles bekannt jetzt gibt weiß ein schach auf b5 der bauer zieht dazwischen weiß schlägt den bauern und schwarz hat hier einen bauern geopfert aber dafür hat schwarz die etwas bessere entwicklung und auch das zentrum insofern das gilt als in ordnung für schwarz aber es ist trotzdem ein sehr scharfes abspiel und eigentlich genau das was man will wenn man die letzte partie gewinnen muss gewinnen möchte um erster zu werden und hier in meinem kurs auf modern chess empfehle ich den zug dame f3 aber der hauptzug auf höherem niveau ist schon seit langem der zugläufer d3 den ich auch schon selber mehrmals gespielt habe und diese warnte sieht man man sieht sie nicht mehr so häufig auf top niveau und ich glaube der grund ist dass es doch relativ viel risiko ist für weiß und man recht viele warnten kennen muss aber ich meinte zu ikaro da ist ein guter überraschungseffekt und schwarz muss die warnten eben auch gut kennen und deshalb habe ich ihm diese empfehlung hier gegeben dass er sie dann in der letzten partie einsetzen würde in dieser wichtigen situation das war vorher nicht klar das war vor dem turnier sollte ich irgendeine idee ihm geben gegen e4 e5 gegen berliner verteidigung quasi wir folgen weiter der hauptwahl und hier springer d5 greift den springer an auf g5 der springer zieht zurück nach f3 läufer d6 das ist die absolute hauptwahl und hier war ein entscheidender moment nach kurze hochharde gibt es zwei hauptzüge es gibt springer f4 was kawana gezogen hat und es gibt den zu kurze hochharde und gerade auf kurze hochharde hatte ich sehr viel zeit verwandt in der vorbereitung denn hier kann es unheimlich scharf werden nach tommy 1 spielt schwarz f5 opfert einen weiteren bauern für schnelles figuren spielen und wir sehen dass hier auch ich habe hier die masters datenbank von leachers noch eingeschaltet das wurde auch schon alles gespielt hier springer f3 und jetzt g5 und weiß opfert im weiteren verlauf hier eine figur mit c4 springer f4 läuft f1 g4 d4 g schläger frei hier fangen die analysen quasi erst an und es ist unheimlich scharf und natürlich auch gefährlich für weiß aber auch sehr gefährlich für schwarz und insofern eigentlich keine große überraschung dass fabiano hier nicht die schärfste variante wählt denn er hatte sich das sicherlich nicht vor der partie angeschaut und gicao konnte das alles am tag zuvor am selben tag studieren und lernen und kawana spielte hinzug springer f4 was die alternative darstellt jetzt springer c3 und jetzt schlägt schwarz den lauf auf d3 wenn schwarz hier kurze hochharde spielen würde dann wäre weiß rechtzeitig lauf e2 zu spielen der springer kontrolliert tier denn das feld e4 schwarz kann ich vorziehen weil spiel d3 als nächstes hat ein bauern mehr und wenn sich weiß konsolidiert dann hat weiß nicht nur ein bauern mehr sondern auch die bessere struktur der springer steht komisch hier hat schwarz einen isolierten bauern insofern schwarz muss schon etwas nachweisen wie genau er hier die kompensation erhält und springer schlägt d3 ist der richtige zug denn damit bekommt schwarz nicht nur das läuferpaar sondern zerstört auch etwas die weiße struktur aber nichtsdestotrotz weiß hat einen bauern mehr und das schöne an dieser warnte ist dass weiß relativ wenig risiko eingeht anders als in der anderen warnte hier wenn schwarz das kennt und genau spielt dann kommt eine ausgleichende stellung aufs brett wenn nicht kann weiß für mehr hoffen kurz hochharde und wir sehen hier es wurden schon verschiedene züge in dieser stellung gespielt springer e4 tumi 1 und meine empfehlung hier war der zug b3 der etwas seltener ist und ich glaube dieser zug hat kawana auch überrascht jetzt das erste mal hat kawana länger nachgedacht wir sehen es hier oben eingeblendet ungefähr sechs minuten hier nicht ganz 33 vier minuten gut noch keine so lange denkpause hier nach b3 tumi 8 das ist ein sehr vernünftiger zug tumi 1 es gibt gar nicht so viele partien hier zu dieser stellung und jetzt spielt spielte kawana c5 das definitiv möglich der der hauptzug und meiner meinung noch der bessere zug ist f6 um hier den bauern noch mal auf e5 zu verteidigen und natürlich auch hier hatte ich etwas vorbereitet für nakamura was jetzt hier nicht verraten werde aber auch hier kann weiß noch probleme stellen c5 das ist der andere zug und jetzt läufer a3 ja wir sehen hier läufer a3 oder springer e4 und ich bin recht stolz darüber dass ich hier das unterschieden haben denn man könnte meinen ja ob man jetzt mit springer e4 oder läufer a3 anfängt das macht doch keinen unterschied aber es macht tatsächlich einen unterschied denn nach springer e4 würde jetzt schwarz läufer f8 spielen und nach läufer a3 könnte hier schwarz überleiten was wir gleich in der partie wird sehen werden mit springer c6 aber schwarz hat die zusätzliche option hier f5 zu spielen ein aggressiverer zug der genauso gut auch möglich ist und dieser zug diese option wird quasi vermieden in dem weiß mit läufer a3 anfängt also läufer a3 jetzt von nakamura er war hier nach wie vor im buch das war alles unsere vorbereitung springer c6 und jetzt springer e4 geht hier auf dem bauern c5 geht auf den läufer das war übrigens der nachteil von dem zug c5 dass diese jetzt direkt angegangen werden kann der vorteil ist offensichtlicherweise dass der springer zurückkommt und das schwarz hier auch besser zentrumskontrolle hat wie wir sehen wo wie wir sehen können das wurde auch alles schon gespielt im partien läuft f8 ist der richtige zug und weiß kann jetzt nicht den bauern auf c5 schlagen wenn man mit dem läufer schlagen sollte dann wäre das direkt ein großer fehler wegen f5 greift den springer an der den läufer deckt und wenn weiß auf f8 schlägt dann schlägt schwarz auf e4 greift direkt die nächste figur an und am ende des tages wird weiß eine figur weniger haben das ist also nicht gut und auch mit dem springer zu schlagen ist nicht zu empfehlen hier nach läuft f8 denn hier könnte schwarz sehr unangenehm diese festung spiel mit läufer g4 noch mal nachsetzen dieser springer ist jetzt auch gefesselt das wäre nicht gut für weiß also auch hier man muss natürlich aufpassen dass man nicht zu früh schlägt und schwarz hat aktive idee gut turm e1 ist logisch bringt den turm ins spiel geht noch einmal auf den bauern und hier kam jetzt eine große überraschung eine große positive überraschung für hikaru und auch mich wo ich natürlich mit gefiebert habe bei der partie fabiano spielt f5 und das ist ein krasser fehler litsche es gibt hier sogar zwei fragezeichen aber es ist ja angemessen denn danach kommt schwarz in eine verluststellung der beste und bisher eigentlich einzige zug der gespielt wurde springer b4 stellt den springer dazwischen jetzt kann weiß nicht direkt auf c5 schlagen denn dann hat schwarz am ende des tages diese gabel auf d3 und weiß verliert die qualität steht schlechter das heißt hier würde weiß auf b4 schlagen und es gibt verschiedene möglichkeiten vorzusetzen springer g3 und springer c5 gut meine empfehlung war springer c5 und die warnte geht hier noch ein bisschen weiter letztendlich wenn das schwarz genau spielt dann sollte es an der ausgeglichenen stellung enden aber schwarz muss noch ein paar züge nachweisen auf jeden fall ist jetzt nicht ganz trivial und hier hat weiß wirklich sehr sehr wenig risiko was eigentlich ganz schön ist generell in der turniersituation klar in dieser situation jetzt hier wo nakamura gewinnen muss würde man vielleicht ein bisschen auch eine schärfere stellung bevorzugen aber nun gut deshalb ich war ein bisschen in sorge dass hier kawana springer b4 spielen das dann vielleicht nicht so viel zu machen wäre aber hier der zug f5 und ich kann es mir nur so erklären dass kawana das verwechselt hat mit der stellung die wir eben gesehen haben wo der turm noch auf a entsteht und der springer noch noch auf a5 wo dieser zug f5 gut funktioniert hier allerdings funktioniert er nicht gut das hatte ich nicht in der vorbereitung denn der zug wurde noch nie gespielt und ist nicht besonders gut hikawa muss jetzt selber nachdenken aber stellte richtigerweise fest er kann den bauern auf c5 schlagen und ich weiß nicht genau was kawana hier sich überlegt hatte also jetzt zum beispiel e4 wie wir eben das gesehen haben würde hier nicht gut funktionieren denn weiß kann einfach zweimal diesen bauern schlagen wir sehen den unterschied mit dem turm auf c1 und dem springer auf c6 statt auf a5 ist der springer jetzt angegriffen das heißt wenn schwarz den läufer schlägt schlägt weiß den springer und weiß hat mittlerweile drei bauern mehr das ist schon einiges und dementsprechend eine gewinnstellung hier für weiß der andere zug den hikawa sicherlich berechnet ist der zug dame a5 sieht auch sehr logisch aus geht auf den läufer hier macht druck auf den springer und hier hat weiß verschiedene gute züge aber sehr sehr kraftvoll ist der zug springer g5 auf einmal spielt weiß auf der anderen seite des brettes ignoriert komplett dass der läufer angegriffen ist und droht sehr sehr stark dame h5 als damen schlägt a3 jetzt dame h5 geht auf den turm droht matt auf h7 das ist nicht mehr vernünftig zu verteidigen hier damen schlägt e8 und der springer auf c6 ist auch noch angegriffen es hängt einfach alles hier das ist komplett verloren schwarz könnte probieren das zu verhindern mit g6 aber jetzt kann weiß auch auf verschiedene arten und weisen die damen ins spiel bringen auf die geschwächten felder gehen und es ist ihr seht es die engine leiste komplett verloren für schwarz fabiano hat hier gemerkt was er getan hat und dachte lange nach dachte 33 minuten nach später in den zug dame d5 ein vernünftiger zug bringt die dame ins spiel aber es ändert nichts daran dass weiß hier zwei bauern mehr hat hikawa spielt dame c2 bringt die dame ins spiel turm nach d8 ja vermutlich wäre turm b8 besser gewesen aber selbst für einen computer wäre das jetzt schon sehr sehr schwierig hier zu verteidigen der computer sagt turm b8 auch hier könnte weiß die damen tauschen der computer hat dann solche ideen wie turm b5 und hier irgendwie probieren das ganze zu verkomplizieren aber es bleibt dabei zwei bauern mehr das ist eine gewinnstellung für weiß wir folgen mal der partie turm d8 jetzt dame c4 hikawa tauscht die damen ab das ist die standard strategie wenn man mehr material hat schön alles abtauschen denn dann werden sich die zwei bauern bemerkbar machen natürlich gibt es auch alternativen hier aber dame c4 ist ein sehr praktischer zug dame schick c4 turm schick c4 der turm kommt in die mitte deckt den bauern auf e5 natürlich muss man einen solchen weltklasse spieler wie kawana nach wie vor schlagen hier der auch sehr sehr zäh ist in der verteidigung schauen wir uns weiter an wie es wie es wie partie weitergeht turm ec1 läufer nach d6 läufer b2 erhöht jetzt den druck auf den bauern und der springer ist nicht mehr gefesselt der schwarz hat vor allem probleme hier auch diese figuren ins spiel zu bringen den läufer und den turm denn der springer dominiert den läufer auf c8 springer e7 jetzt turm zurück nach c2 turm b8 und d4 tauscht den doppelbauern ab verbessert damit die struktur e schlägt d4 springer schlägt d4 a5 springer wieder zurück nach f3 wir sehen es ja auch hier in jedem zug hat weiß verschiedene optionen vorzusetzen gut ihr seht die engine züge hier nicht aber ich sehe dass weiß hat in jedem zu quasi die wahl und ist natürlich jetzt die frage wie verwertet man den vorteil springer a4 macht den weg frei für die türme läufer a6 springer nach c3 der springer kehrt zurück vertreibt den turm hier turm c5 und jetzt tauscht hikau die läufer ab und halbiert damit das schwarze läuferpaar und wie gesagt jeder abtausch bringt weiß näher zum sieg hier springer nach a4 jetzt wieder nach vorne springer d5 hier habe ich mir ein bisschen sorgen gemacht denn der springer droht hier auf verschiedene art und weisen in die weiße störung zu kommen aber turm c6 denke ich eine sehr vernünftige fortsetzung weiteres material wird abgetauscht turm schlägt turm schlägt und jetzt springer b4 und der turm steht hier sehr sehr gut auf d6 hat ein auge auf den läufer steht aktiv dominiert auch ein bisschen den springer in dem felder weg das sieht gut aus läufer b7 springer nach c3 turm e8 jetzt h4 einmal ein luftloch machen für den könig und kann man spielt jetzt f4 gut der computer sagt beste chance war zu schlagen und dann den könig ran bringen und ja weiß muss noch ein wenig technik zeigen auf jeden fall aber letztendlich sollte auch hier weiß definitiv gewinnen gute folgende partie f4 jetzt turm nach d4 auch dass du das eine kleine ungenauigkeit hier markiert von liches aber es vergibt den gewinnvorteil nicht turm nach f8 das ist relativ passiv jetzt kommt der springer nach vorne springer f5 turm e8 der springer wird auf bessere felder geführt schwarz muss sich auch um den bauern kümmern hikau spielt f3 pardon karana spielt f3 gut ein weiterer bau wird abgetauscht und jetzt könnte man ja meinen vielleicht passiert hier irgendwas aber schwarz hat einfach nicht genügend material um irgendwelche drohungen gegen den könig aufzubauen trotzdem hikau sagt ich erlaube gar nicht erst ein schachspieler hier könig h2 springer c2 greift den turm an der turm zieht zurück nach d3 ein schöner zug denn wenn jetzt schwarz springer e1 spielt und irgendwie davon träumt hier springer f3 folgen zu lassen dann kommt turm e3 tauscht direkt die türme ab und das wäre natürlich eine katastrophe für schwarz wenn die türme vom brett verschwinden zwei bauen mehr für weiß das ist dann chancenlos aber auch so ist es sehr sehr schwierig hier könig g3 könig h7 springer e3 da steht der springer schön und fest und verhindert sämtliches gegenspiel von schwarz karana hält die springer auf dem brett vielleicht springer e1 noch eine bessere chance hier aber so oder so ist die stellung verloren turm d6 wieder zurück und die weißen figuren stehen aktiv und schwarz hat kein spiel turm springer c6 zurück jetzt kommt der springer nach vorne turm f8 springer c7 weiß möchte weiter figuren abtauschen springer e6 turm f7 und f4 möchte hier den springer zementieren verhindern auch turm f3 wir sehen auch beide spiele hat nicht mehr viel zeit hier sie bekommen zehn sekunden pro zug dazu das ist nicht besonders viel aber die stellung ist jetzt sehr sehr leicht für weiß zu spielen hier verbessert einfach immer weiter hier seine stellung läufer acht während ja karana quasi nur zusehen kann a3 noch mal ein sag ich mal sadistischer zug will hier a4 verhindern denn dann könnte weiß b4 spielen aber gut es gibt natürlich viele wege hier könig g8 f5 turm e7 zurück könig f4 wir sehen es einfach weiß verbessert seine stellung während schwarz und zuschaut d4 und der computer kündigt bereits ein matt in 20 zügen an und hier gab karana auf denn als nächstes würde d5 kommen die schwarz figuren sind super passiv und es wird nicht lange dauern bis hier material verloren geht insofern karana hat er genug gesehen und gab auf damit gewann nakamura die partie er gewinnt das turnier und er ist nummer zwei der welt wiederum nach 2015 nach acht jahren wieder nummer zwei der welt hinter natürlich magnus karsen nach wie vor und das hat mich natürlich sehr gefreut denn ich arbeite mit ikau seit einigen jahren und hier so einen impact zu haben auf diese partie und auch auf dieses turnier mit der vorbereitung die wirklich man hätte sich nicht besser auswahl können um ehrlich zu sein must win für ikau in der letzten partie er spielt mit weiß er bekommt die vorbereitung aufs brett und er bekommt direkt eine gewinnstörung weil fabiano einen schweren fehler begeht mit f5 es hätte ich besser laufen können und deshalb bin ich sehr happy und ich dachte es war vielleicht auch interessant für euch so ein bisschen die die insights mitzubekommen wie das ganze hinter den kulissen aussieht und das mit euch zu teilen alles klar wenn ihr auch gerne eure öffnung starke öffnungen in eurem repertoire haben wollt schaut gerne mal vorbei auf meiner seite das muss natürlich jetzt noch kommen das ist klar auf modder chess dort habe ich ein komplettes schwarze repertoire gegen erstens e4 für fortgeschrittene spieler und ein komplettes einsteiger repertoire für weiß und für schwarz schaut da gerne mal vorbei wenn ihr möchtet link ist direkt in der beschreibung alles klar ich hoffe euch hat die analyse gefallen und wir sehen uns bald wieder macht's gut ciao